Moin, ich bin Philipp, ich bin euer Messemoderator hier für Beautech, jetzt am dritten Tag Düsseldorf Beauty Messe 2017. Und wie ihr seht, sind hier alle schon wieder richtig wach und das obwohl wir gestern eine richtig geile, tolle, lange Standparty hatten. Mit Sekt, mit Snacks, mit einer Verlosung, einer Reise wurde hier vergeben. Und hey, wir sind wach, wir sind fit, wir sind am Verkaufen. Und genau da möchte ich auch ansetzen, denn diese liegen hier. Ihr habt das Gefühl, wir haben einen wahren Nerv getroffen, denn die gehen weg wie warme Semmeln. Sie haben ja sicher schon einiges gesehen, wir haben mit vielen von Ihnen schon gesprochen, wir haben Ihnen die Vorteile erklärt, wir haben Ihnen diese liegen gezeigt, wir hatten Spaß. Ich würde sagen, Sie kommen einfach nochmal wieder, wenn Sie sagen, Sie möchten eine Liege kaufen, kommen Sie vorbei und entscheiden Sie sich, so wie viele andere zufriedene Kunden, noch heute hier auf der Messe für eine dieser tollen Ligen und holen Sie sich, sichern Sie sich Ihr Messeangebot noch heute. Das heißt, ihr habt heute keine Zeit mehr. Leider, hier nach Düsseldorf, in Halle 10, Stand B33 zu kommen, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar unsere Website www.biosec.de. Hier findet ihr eine Auswahl an allen möglichen Reitern für Friseur, für Pflege, für Schulung, für Fußpflege, für Massage. Hier gibt es einfach alles in einer tollen, schön aufgelisteten, übersichtlichen Website. Ihr seid Fußpflege? Klar, geht auf Fußpflege. Ich brauche einen Beischellwagen, Abschnittsicht, Handtuchwärme, eine Lupenlampe. Kein Problem, klickt einfach drauf, konfiguriert euch euer Produkt, in welcher Farbe, in welcher Konfiguration, wie oft, wie viel, welche Produkte möchte ich dazu kaufen. Klick, klick, Warenkorb, fertig, alles gut zu euch geliefert. Oder aber ihr kommt bei uns im Headquarter vorbei, in Biotech in Brilon und guckt euch das Zeug dort persönlich an. Dann haben wir natürlich auch noch den Herrn Kleim, das ist dieser junge Mann da drüben, unser Top-Verkäufer, Top-Verlater, Verkaufsleiter, Vorwort auch in Brilon. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen vorbeikommen, dann finden Sie diesen jungen Mann vor. Link doch mal bitte, hör mal. Entschuldigung, ich habe gar nicht gesehen, dass ich hier nicht rauskomme. Ja, du darfst ihn? Ja, ja, ja. Ja, ich wünsche euch da drauf. Herr Kleim. Das heißt, der ist auch vor Ort. Und das nette Lächeln. Können Sie sich persönlich an, wenn ich vorbeikomme? Ja, machen Sie das doch einfach. Und für alle anderen, die heute noch in Düsseldorf sind und die jetzt hier noch was abstauben wollen, einen Messepreis mitnehmen wollen, uns vielleicht nochmal live erleben wollen, klar. Kommen Sie vorbei, Messe Düsseldorf, Halle 10, Stand B33. Wir freuen uns auf Sie. Danke.